Keine, keine, ah ah ok die Buns sind schon Announced. Buns sind Lock & Bole. Lock & Bole sind gebannt für diese Seite. Ja, und wenn Thali das ganze hier gewinnt, hat Vietnam das ganze gewonnen. Sehr sehr starke Verformen, prominenter Verformen mit Vietnam. Ich hätte nicht gedacht, dass es zu eindeutig ist. Weil, Indien hat uns nicht sehr stark wie mein Mann nach, aber wir tragen uns halt nochmal an anderen Höhepern an. So, jetzt glaube ich, es ging auch noch rein in die Spiegel. Ja. Aber, oder, doch keine, ah ok die Spiegel. Ich finde es dann das Thali-Spiel. Ich habe mir schon gedacht, dass er keine Spiele spielen kann. Oh. Oh. Ich bin nicht noch mal zufrieden. Das sind alle hier im Bezept das ganze aber... Ja. Ich wollte es noch mal mit dieser Parkour gehüpfen. Das Thali der eines mit der EIN. Oh, ich kann das gut zu sagen sagen, aber und ich hoffe ich kann das nicht so rein. Ich Ain't das ein FTA aber auch ein FBA und es ist ein FBA, da ist es ein FBA und es ist ein FBA und es ist ein FBA und es ist ein FBA, da ist es ein FBA. Alles klar, Talix, wir haben uns zwei FBA, das war ja alles klar. Wie schnell? Herzlichen Dank, ich hab' auch. 3 Leute, ich muss wissen, die Karte hat man geschehen. Ich glaube, sie hat 2 Karte. Bei Kühe zusammen tun wir alles. Bei Kühe hat es zu viel Leben. Ich glaube, es hat nicht viel Schaden bei Kühe. Ich hatte es nicht mehr geschehen. Ich bin gerade ein Problem. Ich glaube, es wird noch mal sehr stark. Das hier ist sehr stark. Zwei nehmen wir ein bisschen auf die Welt. Ich glaube, es ist sehr stark, wenn er noch spielen würde. Ich glaube, es wird noch sehr stark, wenn er noch nicht mehr schaden würde. So wie das ganze Karte hat. Zwei Feuerwelle einleitend. Das ist das Gameplay. Zu relativ... Ich glaube, es ist das Gameplay. Ich bin gerade mal sehr stark. Ich glaube, es ist das Gameplay. Zeige ich gerade. Das habe ich schon aus. Ich habe zuạge auf. Ich bin gleich leicht auf den FHay-Bereich. So ist das Gameplay. Jetzt ist es ein Quality-Lock. Jetzt kann ich mal gefährdet werden. Nach Dexion geht auch, ob wir uns tanken. Charlie soll jetzt einfach Minus-Miner sein. Minus-Miner wird es besiegt. Minenwerfer, aber Minenwerfer kann nur mit Feuerball... Ich kann mit Feuerball, ich komme mit Minenwerfer hinten. Ja, ein Highball nur mit Minenwerfer. Ah, Logis gewandt, ich vergesse immer die Bahn zu halten. Ich vergesse immer die Bahn zu halten. UMG, UMG, Leute. Comeback von Kim. Comeback, Charlie hat es schon. Charlie, Schmutzrein, yeah. Oh shit, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gedacht, das Spiel ist ein save-runner. Aber... Ich hätte eigentlich die Feuerball aus dem Minenwerfer. Okay, Leute. Minenwerfer gewinnt gegen... ...Schein macht... Ich würde sagen, Charlie hatte... ...recht. Das ist passiert. Passiert, Leute. Er ist bereit. 1-0 für Chang. Schon aber hier. Das Ganze noch drehen kann. Wenn das nächste Game gewinnt, steht es dann 3-1 für Vietnam. In der ersten 2-1 für den U-U-U-U-U... ...teint, den... ...2-1 für den nacken. Na ja, das ist ein Wörter, Stefan. Okay, Leute. Lockback wäre extrem Lockback wäre sicher extrem Weil der einzige Begrüße hat, wenn du Lockback die Schule und mitloch Okay, Kalisprozentige Backstage und Schicksal Mega-heilig Und Kalisprozentige Backstage Und Kalisprozentige Backstage Soli-Bahn keine Verbrauchung ist, dass sie auf dem Haus und Schicksal passen und würde eigentlich noch mal Kalisprozentige Backstage und Kalisprozentige Backstage Okay, Kalisprozentige Spielt ein sehr interessantes Deck Kalisprozentige Spiele ein sehr interessantes Deck Oh, ich muss mal Nightly klar Please Guter Königsgeist Gute Minions Ihr bekommt das Rechtliche Gute zu Gedeiften Bei Magik ist das ein Ich mag ihn alle von Downfall, ich mag ihn nicht sehen. Mein Mann, ich mag ihn mit dir die Downfall, ich mag ihn nicht sehen. Ich mag ihn nicht. und dann 2.5. Set die 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 den die 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 Schauen wir uns mal. Ja, sehr toll, Leute. Ich habe Neuerwahl, aber es wird nicht gern bekommen. Und ich schaue es nicht bekommen. Ich habe es nicht ganz gut, eigentlich. Ich glaube, Feuzen ist dann der meine, aber... Pferd und Bache lebt noch. Minens lebt noch. Der letzte Mal die Kampur. Genau, es war sehr gut. Es könnte sein, dass Kali es ganz gut wäre. Ich glaube, Kali verliert das ganze Neuerl. Sieht nicht so aus. Sieht auf dem Gretchen-Kunst-Speck. Mega-Ritter, Hartford und seine Kiste. Er hat nur guten Punkt. Und Marty auf dem Gretchen-Mega-Ritter. Er braucht ein Schwerpunkt-Mega-Ritter. Aber es führte sich nicht unbedingt, wie bei diesem Rollgott. Und da kommt der Feuzen. Hey, den gewinnt ihr gegen Kali. Rapplade auf jeden Fall. Schwerpunkt-Kurme. Kali hat 5.6 gespielt. Kali. 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 Ich hab's nochmal alle Werkzeuge für Kima. Juhu. Juhu.